Der eingebaute Blitz bei Kameras ist nur als Aufhellung für kurze Distanzen geeignet. Auch kannst du dir sicher sein, dass dieser blitzrote Augen produzieren wird. Ein Blitzschuh ist nützlich, da du ein externes Blitzgerät montieren kannst. Neben dem kreativen Aspekt eines solchen Aufsteckblitzes sorgt dessen höhere Lichtleistung für bessere Ausleuchtung. Der reibowste Erachter Bedeutung Der reibowste Erachter yy w Vielen Dank.